Das ist ja unser bester Alltag und wie ihr gesehen habt, scheint hier etwas zu drehen zu sein. Große Dorsche befinden sich unter unserem Boot. Günther hat ja einen von 15-60 kg schätzungsweise gefunden. Ich habe jetzt nochmal eine Überbeißer-Montage geschaltet. Großer Schlüffer-Farbner-Gummifisch. Nein, wenn der da drauf nicht geht, weiß ich auch nicht. So um die 220 Gramm Jickkopf, 16-0er-Haken und hier nochmal der Überbeißer. Selbst gebaut, 16-0er-Haken als kleiner Gummimack, Quatsch, kleiner Oktopus. Der soll verführerisch für den Seelachs sein und dann natürlich auch entsprechend verführerisch für den Dorsch, der den dahinter befindlichen 16-0er-Haken inhalieren sollte. Oder Mutterbein, das ist ja hier ein wahnsinnig großer Jick mit dem Gummifisch. Mit dem, ich glaube, 23er-Gummifisch. So werden wir mal, bilden die Haare.